Hallo. Hallo. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Wie heißt du? Ich heiße Axel. Ich komme aus Frankreich, lebe in Paris und ich habe Deutsch in der Schule gelernt, auch ein paar Monate in Österreich gewohnt. Und benutzt du dein Deutsch täglich? Nein, nein, nein. Ja, jetzt lebe ich in Paris und in meiner Arbeit benutze ich meistens Französisch, auch Englisch, aber das ist's. Und ja, alle anderen Sprachen sind nur ein Hobby. Nicht, ja, was ich täglich benutze. Nein. Und so, wie hast du Deutsch gelernt? In der Schule, meistens in der Schule. Nur in der Schule? Nein, nicht nur in der Schule. Also meine Stadt, als ich klein war, hatte eine Partnerschaft mit einem anderen Stadt in Bayern und ich bin dort einige Mal gefahren. Und ja, und natürlich habe ich auch in Österreich gelernt, als ich dort lebte. Aber ja, meistens war es in der Schule. Die Schule hat mir mein, ja, mein größtes Teil, mein Deutsch beigebracht. Hm, sehr interessant. Und was machst du, um dein Deutsch nicht zu vergessen? Also ab und zu treffe ich Deutsche oder Deutschsprachige in Paris oder woanders und versuche ich zu sprechen. Und ja, das ist... Es klappt? Ja, das klappt. Also ich hatte also einmal mein Deutsch vergessen, bevor ich in Österreich zog. Und ja, es hat ein paar Wochen gedauert. Ja, ich habe ein paar Wochen gebraucht, damit es mir alles zurückkommt. Interessant. Und was hast du in diese zwei Wochen gemacht? Ähm, Englisch gesprochen. Aber ja. Okay. Ja, das war... Ja, ich habe ein paar Monate in Österreich gefunden, um zu arbeiten. Und am Anfang habe ich versucht, auf Deutsch zu reden und alles zu lesen und so weiter. Aber ja, das hat... Am Anfang hat es nicht geklappt. Und ich habe, ja, viel Englisch gesprochen. Und aber ja, nach ein paar Wochen habe ich, ja, hat mein Deutsch... Ja, mein Deutschniveau wieder aufgekommen. Und ja, alle sind zurückgekommen. Ja. Und dein Deutsch ist wieder zurückgekommen, weil... Weil du dann trotzdem versucht hast, mit anderen Leuten zu sprechen? Ja. Oder hast du allein im Zimmer gelesen? Was hast du dann gemacht? Äh, ja, ich habe versucht mit... Ja, mit den Leuten auf Deutsch zu reden und sie zu hören und... Ja, ja. Und wenn man... Ja, Dinge zu lesen, zum Beispiel. Also, mein Chef war ein Deutscher und wir... wir redeten... Also, auf Englisch. Aber ja, ich habe versucht, mit ihm ein bisschen auch auf Deutsch zu reden und... Ja. Super. Ja. Beeindruckend. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. 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 Hallo. 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 Wie geht es dir? Mir geht es gut. Wie heißt du? Ich heiße Axel. Ich komme aus Frankreich, lebe in Paris und ja, ich habe Deutsch in der Schule gelernt, auch ein paar Monate in Österreich gewohnt. Hm. Und ähm... Benutzt du dein Deutsch täglich? Nein. Nein, nein. Ähm... Ja, jetzt lebe ich in Paris und in meiner Arbeit benutze ich meistens Französisch, auch Englisch, aber das ist's. Und ja, die... Alle... Andere Sprachen sind nur ein Hobby. Nicht... Ja, was ich täglich benutze, nein. Mhm. Und äh... So, wie hast du Deutsch gelernt? In der Schule. Meistens in der Schule. Nur in der Schule? Nein, nicht nur in der Schule. Also, meine Stadt, äh, als ich klein war, äh, war... Hat eine Partnerschaft mit einem anderen Stadt in Bayern. Mhm. Und ich bin dort, äh, ja, einige Mal gefahren. Äh, und ja, und äh, natürlich habe ich auch in Österreich gelernt, äh, als ich dort lebte. Aber ja, meistens war es in der Schule. Das ist meine... Die Schule hat mir mein, ja, mein größtes Teil, mein, äh, Deutsch beigebracht. Mhm. Sehr interessant. Und äh, äh, was machst du, äh, um dein Deutsch nicht zu vergessen? Äh, also ab und zu, äh, treffe ich, äh, Deutsche oder Deutschsprachige, äh, in Paris oder, oder woanders und versuche ich zu, zu sprechen. Und äh, ja, das ist... Es klappt? Ja, das klappt. Also, ich hatte, äh, äh, also einmal mein Deutsch vergessen, äh, bevor ich in Österreich zog. Äh, äh, und, ja, es hat ein paar Wochen, äh... Gedauert? Ja, ich habe ein paar Wochen gebraucht, damit es mein, äh, alles, äh, zurückkam. Interessant. Und was hast du in diese zwei Wochen gemacht? Äh, äh, Englisch gesprochen. Aber ja. Okay. Ja, ähm, das war, äh, ja, ich habe ein paar Monate in Österreich gewohnt, um zu arbeiten. Und äh, am Anfang habe ich versucht, äh, auf Deutsch zu, äh, zu reden und, äh, alles zu, zu lesen und so weiter. Aber ja, das hat, äh, am Anfang, das, äh, hat jetzt nichts geklappt. Und äh, äh, ich habe, ja, viel Englisch gesprochen. Und, äh, aber, ja, ja, nach ein paar Wochen habe ich, äh, ja, hat mein, äh, ja, mein Deutsch, äh, ja, mein Deutsch, äh, ja, mein Deutsch Niveau wie wieder, äh, äh, aufgekommen. Und ja, alle, alle Wokaben... Und dein Deutsch ist wieder zurückgekommen, weil, weil du dann trotzdem versucht hast, äh, mit anderen Leuten zu sprechen? Ja. Oder hast du, äh, allein im Zimmer gelesen? Was hast du dann gemacht? Äh, ja, ich habe versucht mit, äh, ja, mit, äh, ja, mit den Leuten auf Deutsch zu, zu reden und sie zu, zu hören und, äh, ja, und, äh, ja, äh, und, äh, ja, Dinge zu, zu, zu lesen, zum Beispiel. Also, äh, mein Chef war ein Deutscher und wir, äh, wir redeten, äh, äh, so, äh, auf Englisch, äh, 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 aber, ja, ich habe versucht mit ihm ein bisschen auch auf Deutsch zu reden und, und, ja, und mein... Super! Ja, beeindruckend! Vielen Dank! Vielen Dank! Tschüss! Tschüss! Tschüss!